Ich spinne. Spinnst du auch schon? Der Fidget Spinner ist inzwischen schon auch bei mir angekommen. Spinner ist ein englisches Wort, in dem der Begriff Spin steckt. Das heißt so viel wie drehen, rotieren. Für mich ist das Spielgerät ein wenig meditativ. Es macht Spaß, haben mir Kinder auch schon gesagt. Und jemand hat gemeint, es macht auch ein wenig abhängig. Ich denke, dieses Spielgerät kommt deshalb so gut an, weil unser Gehirn nicht für Langeweile geschaffen ist, sondern dafür etwas in Gang zu bringen. Ich wünsche uns, dass wir immer mehr zu Spinnern werden. Das heißt, dass wir etwas in Bewegung bringen. Das kannst du zum Beispiel tun, wenn du an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule ein Team gründest. Sozusagen eine Eingreifgruppe, die sich für Mobbing-Opfer einsetzt. Ich denke da an einen großen Beweger, der vor 800 Jahren gelebt hat. Das war Franziskus von Assisi. Er hat damals tausende Menschen bewegt, die Worte Jesu zu hören und sie im Leben umzusetzen. Er hat eine Friedensbewegung gestartet, die über die Jahrhunderte herauf bis heute weltweit wirksam ist. Es ist die Franziskanische Bewegung. Auch ich möchte viel in Gang bringen. Und ich möchte jetzt beten, Jesus bringe auch mich in Bewegung. Dass ich selber Aktionen des Friedens setze und andere dazu motiviere.